So, guten Tag, die Herren und Damen. Wir sind wieder da. Nein! Hm? Aua. Da hängt mir ein Block im Wege. So, hier kann ich jetzt einfach durchsprinten. Zack, 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 zack. Ne, keine Blöcke mehr. Doch, Gott sei Dank. Ich hab noch ein paar. Das ist einfach kein Ende in Sicht. Nein! Nein, drei Blöcke vor Schluss hab ich keine mehr. Shit. Jetzt ist nichts mehr da. Schöne Scheiße. Mitkommen. Abfahrt. Wachenbrennen. Den bräuchten wir jetzt. Der könnte uns vielleicht neue Steine geben. Ich hab noch ein paar. Hat er gesagt. A paar rote Steine? Ein paar, ja. Hm. Wir müssen eh neue holen. Falls noch welche da sind. Das sind noch so ein paar, ne? Warte. Warte, warte, warte. Das ist so ein Paar. Das ist jetzt bei dir ein Paar. Scheiße. So viele Paare. So viele Paare. Weiß ich nicht. Warte, warte, warte. Fahr Minecraft. Ah, Minecraft. Was geht's? Ich fahr zurück und hol neue Blöcke. Warte, wie viele Stacks hast du noch? Na, von den roten hab ich jetzt noch, äh. Eins, zwei, drei, vier, ein halb. Ne, so viel ist das nicht. Also die weißen hier waren, waren jetzt gerade mal zwei Stacks. Ja, eine Reihe, ja. Die weiße hab ich jetzt gar nicht mehr. So, da sind wir wieder zurück. Ohne Shader. Sieht nicht ganz so toll aus. Okay. Alles klar. Was ist denn hier kaputt? Hä? Hä? Hä, bei mir sind die Eichenholz. Hä? Ne. Ne, ich spüre mich verarscht. Bei mir waren die, die Bilderrahmen von dem einen Bild weg. und dafür waren das sowieso viereckige pinke blöcke dann bin ich da dran gelaufen und dann sind sie wieder normal geworden spiel verarscht nicht sein erst mal hier den klumpadsch wegschmeißen niederquartz hier polierter diurid ist bei niederquartz so eine schiene brauche ich aber ich nehme mal mehr mit weiß was passiert close down haben wir noch granit nicht mehr so viel da machen wir mit an das sieht weiter haben wir noch eine kiste voll ja dann müssen wir wieder was neues besorgen gehen kann die gute alte granit oh ja Hm. Hm, 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 hm. Tja. Wollen wir mal gucken. Jetzt haben wir nichts mehr. Zum Glück bin ich ja schon unterwegs. Ich meine gar nichts mehr. Kein von beiden. Ja, ich hab ja noch was. Von beiden? Ja. So 506 oder so? Nee. Dann reicht's. Ich hab nur gesagt, dass ich was hab. Ich hab nicht gesagt, dass reicht. Ich meine, ich hab jetzt 6,6 verbraucht und ich hab grad mal die Hälfte von dem Weg gemacht. Oh. Ja, klar, ich schlage einmal drauf, geht nicht kaputt. Ja. Ich muss zwei mal drauf schauen. So, Schienen repariert. Ich hab nur einen gehandelt. Ich hab nur einen gehandelt. Ich hab nur noch eins. Dann könnten wir noch mal vier Blöcke machen. Ja. Das ist alles. Das ist alles. Wenn da alles ist, dann ja. Meinst du ernsthaft, das ist alles? Es ist nix mehr da, die Kiste ist leer. Dann reicht das nicht. Dann reicht das nicht. Wie da einfach so ein Licht an mir vorbeihuscht. Also Shader wieder an, nee, ne? Nee, aber das Dynamic Lights ist ja an. Ach, das ist, das ist drin, nee. Hä, warum? Das ist doch vom Shader. Das ist doch vom Feature von Optifine ist. Das ist doch vom Shader. Ja, gut, wegen dem Shader, ne? Das ist halt so, was er denn weiß, nicht mehr, ist hier. Was ist das? Die sind die Sachen. Was ist das? Ja, das ist das. Du bist zum Zombie pick. Ich meine es. Huch! Was geht auch los? Stopp, werde ich nicht mehr da. Gehen wir von den Schienen runter. Bin ich. Warum ist er so weit weg? Ich fahr dann mal nach Hause. Hallo! Hallo, 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 hallo. Das Geister-Minecar. Wie klasst du noch? Also von dem Weiß darf ich noch nicht in Menge. Wie viele sind das? Äh, eins, zwei... Oh ne, das ist unvercraftet das. Wobei das eigentlich genau so viel ist. Aber warte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Stacks. Reicht nicht. Ich weiß. Nicht mal für die Wand reicht das. Nicht mal für die Wand. Doch, mal für die Wand. Komm schon. Bis bald. Wirklich. Ich weiß. Ach, wie schon! Naja, dann hauen wir das Zeug hier noch raus, was wir haben und dann... Soll man, was wir haben? Soll ich jetzt, was wir haben? Soll ich jetzt, was wir haben? Ja, jetzt sind wir am Ende angekommen. Dann fahren wir mal zurück. Zum Niedereck brauchen wir jetzt keinen mehr einsam, wir haben voll. Ja, ich weiß. Jetzt schmeiß ich weg. Ohne weg, ja. Komm, fahr schneller. Schneller. Wie viele Meter haben wir denn? 2496. Da haben wir schon einiges. Da haben wir Pflasterstanden. 1728. Wenn wir wissen, wie viel Erde ich habe. Da kannst du immer noch gucken. Ja. Ja, das ist gut gemacht. Marcel mag das Buch. Wenn du hast eine Liste von Sachen, die du hast, dann musst du ja nicht runterrennen, die Prokalkisten durchstücken, ob du was hast. Wenn es nicht drin ist, weißt du, aha, ich hab's. Ganz einfach. Ja. So, gehen wir mal wieder durch Pedal. Nur irgendwo so richtig sortiert ist das auch nicht, weil ich meine, hier ist A an das abzieht, ne? Dann Apfel und dann kommt Ofenkartoffel. Dann kommt Rote Beete. Ja. Dann kommt Rote Beete Samen, dann kommt Birkenkreuz. Irgendwie. Ja. Ich glaube, das ist nach Englisch sortiert, aber Apple. Hä, wie heißt denn Ofenkartoffel? Auf Englisch weißt du das gerade? Ich glaube Backhead Potato oder irgendwie so. in der Fülle?" ja und so. Wah. ja hallo kommt hier raus ändert er das jetzt dank back it potato bietort bietort sieht okay und zu täter das noch englisch oder was ja wo ist denn die diamant ist auch die das ist ja nicht drinnen hm hä? ist dieses diamant da nicht drin? ich weiß nicht ich meine gold ist auch zum gleichen aus den kisten die eingetragen kommen noch so wenn wir seine hand hätte so sachen raus hatte mal so sachen man muss auch jede hälfte ordnen alle beiden kisten müssen wir dann drauf tun es ist okay warte ich noch mal alle einsetzen macht ist sein scheiß wir haben auch unsere aufnahme kontingent heute erfüllt also nicht die doppelkiste nimmt sondern naja ja das ist ein bisschen blöd so gehen wir mal hoch ne da war ja nur eine so was sind jetzt die diamanten drin ja jetzt ist in der dark oak door dark oak das sind jetzt auch alles diamant 445 diamanten wird ja jetzt ist auch ein bisschen mehr so jetzt haben wir auch und jetzt war es nicht direkt ja so ein bisschen mehr geworden dann kommt redstone dann an das sieht der geht noch ein 1728 an das sieht man damit haben wir doch an der andere sieht ja auch die an der andere sieht die registrierte kiffer schuld welches gelesen ja dort ist wieder was anderes Ja, gut, alles drin. Jetzt ist aber alles drin. Ja, Diamanten in Kiste. Also hier ist auf X minus 264, Y60, Z minus 2596. Das steht hier. Und wenn es jetzt in mehreren Chests drin wäre, würde dann hier auch stehen, was das alles ist. Also wo und wie viel drin sind. Ja, gut. Kann man nur sagen, das ist ein gutes Feature. Ja, dann holen wir jetzt das TNT raus und sprengen alles. Ist eigentlich im anderen, ist drüben auch noch was eigentlich? Wo drüben? Ja, drüben. In unseren anderen Basen. Ja, drüben. Nee, von den Blöcken nix. Hä? Was? Was meinst du jetzt? Ich glaube, drüben noch irgendwas ist. Ja, wo drüben? Überall drüben. Wir haben nur noch ein Lager noch. Hier kommt noch zwei Lager. Von was? Was willst du wissen? Von was? Was ist denn bitte irgendwas? Irgendwas ist alles, oder? Ja, pfff. Ich weiß hier nicht. Also wir haben drüben noch, ja, ziemlich viele Sachen. Also Kohle haben wir auf jeden Fall noch. Ja, aber Diamanten und so ist alles hier bei uns. Gell, Hundis. Die Diamantus. Hm. Die Schienen können noch weg. Die Schienen können noch weg. Das Goldschwert hier kann auch noch weg. Ich schalte Steinspitze, kann man auch weg. Die Fünf-Haltbarkeit da. So, dann haben wir alles aussortiert nochmal. Kann man eigentlich Tests umbenennen? Ja, ne? Ich glaube, die sind ja nicht umbenannt, oder? Aber wenn du die platzierst, weiß ich nicht, ob das noch gilt, die aus das Umbenennen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube es auch nicht. Glaub nicht. So, ja gut, dann würde ich sagen, wir bedanken uns für jede Form der Aufmerksamkeit. Genau. Marcel macht jetzt noch den Server kaputt. Mach ich. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder in alter und neuer Frische. Mit, äh, Persil und Paavolfisch gewaschen. Ne, jetzt macht der Backup. Der Backup fehlt, warum? Warum? Vielleicht stimmt ja der Treibfahrt nicht. Hast du Glück, ich wollte jetzt so ein gratis C4 auspacken. Warte, warte mal. Failed. Failed, warum? Stimmt ja der Treibfahrt nicht, wo er speichern soll? Ja. Hm. Warte. Das hier ist, äh, ungewöhnlich. Sieht so aus, als können wir noch nicht alles in die Luft springen. Schade. Naja. Backup, Hatschern? Ja, ja. Ja, das ist noch falsch. Der User, dann, Kevin, Desktop, Minecraft, Feldenbecker. Da ist der, das stimmt ja überhaupt nicht. Ja, das ist ein Interteibfahrt vom alten Rechner noch. Ja. Hä, aber warum? Das hat doch die ganze Zeit auch nicht zu nehmen. Hier ist es aber auch wieder falsch, ne? Kann sein, dass du schon mal richtig gemacht hast, dann hab ich dir die ganzen Daten geschickt, oder so. Kann sein. Ja. So, jetzt aber. Jetzt müssen wir uns selber nur starten, ne? Ich glaub schon, ja. Kannst du es ja nochmal probieren, ob es... Oder? Nee, muss ich selber nur starten. Ja. Gut, dann geht's nicht. Schade, dann müssen wir das beim nächsten Mal machen. Hat er es jetzt wieder geändert, oder? Ist das einfach. Nee, ich sehe das einfach nicht. Hm, ja, komisch. Ja, oder nicht. Aber wenn ich dann halt nicht, ne? So, hier, da haben wir unsere ganzen neuen Bilder im Blick. Und es werden noch viel mehr dazu kommen. Oh, 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 oh. Ich bin mir grad vorgekommen wie so'n Spanner. Der da irgendwas beobachtet, was er nicht beobachtet hat. Der hier steht, oder? Ja, jetzt hat er wieder einen Freeze gehabt, ey. Ja, wie was war's? Machen wir's wie in Dingen. Komm, wie in, äh... Wie hieß das wieder? Feed the Beast Light, wo sich jeder in eine Ecke stellt, und dann... Das war aber echt so. Jeder hat sich immerhin so in seine eigene Ecke gestellt, und dann... ...haben wir, äh, eine Verabschiedung gemacht, oder Begrüßung. Ja. Also dann... Ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, in einer neuen Aufnahme. Tschüss. Und... Ja, lasst ein Abo, oder ein Like da, oder Bewertung, grundsätzlich. Kommentar. Ist immer nett. Jo. Und dann, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.